Was? Alter, das fände ich jetzt von da ab. Jetzt Zeit, ne? Was? Wir haben ja noch ein bisschen mehr Zeit, soll ich. Jo. Ich wollte eigentlich mehr von der Zahn zu bewegen. Ja. Und dann vielleicht noch fünf. Fünf Turniersteigerungen. Aber, ein bisschen schwer. Das kommt auch mal in Mallorca. Hier, da dran hängt das. Da hab ich viel mehr Deutsch gesehen. Konzentrierung aufs Gesicht. Ah, guck mal, guck mal. Auch kein T-Raus, Mann. Hat dich vorhin alles gespürt, oder? Ja, um neun Uhr. Hä? Schon um neun heute Morgen. Ja, ja. Ich war doch lieber vor. Ein bisschen nicht so weit. Nicht so mehr. Obwohl ich für die eine Aktion. Nicht so mehr. Und nicht so weiter. Ja. Dann müssen wir auch kurz. Ja, du guckst. Prost. Ja. Ja. Zweig. Drei. Komm, 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 komm. Ich kann mir zucken. Ich sabre. Ich sabre. Ich sabre. Komm, komm. Ein bisschen viel rum. Wie geht das denn? Ein bisschen.